Ich glaube, die sitzen am besten. Nicht die besten. Das war eine der besten. Ich kann doch mal kurz sehen. Das wäre jetzt spannend. Ich dachte jetzt, du holst die Kütsche. Ja, mach nicht zu viel, weil da noch mehr Flasche. Kannst du das alle nicht verdienen? Keine Übungssache. Ich mach die Teile total gern. Ja, ich hab gesagt, das ist... Ja, also wir müssen auf jeden Fall dann noch weiter weg, bis hinter den Daumen, wenn das... Ich kann noch mit der Kamera sagen, dass das nicht. Danke.